Bundestagswahl 1998. Dazu sehen Sie jetzt Wahlwerbung der Freien Demokratischen Partei FDP. Für den Inhalt des Bots sind die Parteien verantwortlich. Marktwirtschaft, Wohlstand, Deutschlandpolitik, die Ostverträge, Bildungschancen, Gleichberechtigung. Drei Millionen neue Arbeitsplätze in den 80ern. Der Aufbau in den neuen Ländern. Es gibt eine Partei, die dafür garantiert, dass in Deutschland zur richtigen Zeit die richtige Politik gemacht wird. Ob es darum geht, das Mögliche möglich zu machen oder darum, das Notwendige durchzusetzen. Es ist Ihre Wahl, ob Steuern endlich radikal gesenkt werden oder ob Sie mit Rot-Grün rechnen müssen. Es ist Ihre Wahl, ob Bildung bei uns besser, schneller und moderner wird. Es ist Ihre Wahl, ob Sie als Bürger in diesem Land mehr Freiraum haben. Es ist Ihre Wahl, ob unsere erfolgreiche Außenpolitik fortgesetzt wird oder ob Rot-Grün Deutschland unberechenbar macht. Eine starke FDP ist die beste Garantie gegen Rot-Grün. Und die einzige Garantie, dass es am Ende nicht auf die PDS ankommt. Ich bitte Sie deshalb um Ihre Zweitstimme für die FDP. Das war ein Wahlwerbespot der Freien Demokratischen Partei, FDP.